Hallo und willkommen bei eurem Castellator. Hier sind wir wieder mit Star Trek, Voyager, Elite Force, ich hab's langsam mit dem Namen. Und wir sneaken uns hier durch die Scavenger-Basis. Oder was? Boah, dieses humanoide Essen schmeckt wie Dreck! Deshalb mögen humanoide Essen. Als Dreckes? Nun, es war ein guter Überfall. Überfälle, Bha! Wir sind Klingonen, keine Orion-Piraten. Es gibt bei Überfällen keine Ehre. Und wir müssen diese unerträglichen malonischen Patars ertragen. Und diese komischen humanoiden. Zumindest sind sie ein guter erotischen Puffer. Puffer? Nun hören sie sich an wie ein Romulaner. Wir hatten Glück, dass wir sie für die Überfälle gebraucht haben. Wenn wir jemals hier herauskommen, sind die ersten, die ich umlege, diese hier rutschen. Ah, das wäre eine ehrenvolle Schlacht. Es wird ein guter Tag zum Sterben sein. Bewegt der sich noch, oder bleibt er stehen? Er bleibt stehen. Komm ich nicht ran? Ja, dann mal Köppler, meine guten Klingonen-Freunde. Köppler. Hier ist rot, verschlossen. Hier ist grün, offen. Sneak, 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 sneak. Boah, hier ist keiner gut. Boah, ich... Aber in solchen Schleich-Aktion machst du dir immer faszinierend. Gut, das ist um die Ecke. Das ist ein anderer Gang gewesen, der gerade zu war. Sneak, 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 sneak. Ich will echt vermeiden, entdeckt zu werden. Das Audiokabel. Da ich immer öfter mal Probleme hatte mit Bluetooth. Mit meinem Headset. Habe ich jetzt selber den... Audio... Da war das Audiokabel verbunden. Munro, wie ist Ihr Status? Ich habe gerade meine erste Probe gefunden, Sir. Alles klar, Forster Ende. Und jetzt, das Kabel verdreht sich manchmal gerne. Was ist das denn? Ah, okay, das ist da hinten. Ganz schön dunkel hier, ne? Abprüfen. Ah, da pennt einer. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das ein Schmerzensschrei ist oder Todesschrei. Ja, selbst hier wird mir noch angezeigt. Überreste. Wenn ihr so ein leichtes Stocken immer mitkriegt, so ein ganz minimal kurzes, das bin ich, ne? Ich drücke den Save-Knopf. Oh mein Gott. Odell, was gibt es? Ich weiß nicht. Knochen? Ich warte... Ich glaube, man folgt mir. Ich melde mich später. Odell, Ende. Ich glaube, Odell hat ein Problem. Das Ganze vorsichtig hier runter. Sneak, sneak. Safe. Red yetATH Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast alles zufrieden. Ich will noch nicht, bin ich etwas ab. Mitt bald so prima. Tschüss. Leben ticket. Oh Gott Oh, also das waren eindeutig zu viele Hätte ich da jetzt geschossen Die hätten es bemerkt Munro hier? Ich brauche eine Umleitung, dieser Teil wird schwer bewacht Können Sie die Energie aus diesem Quadranten umleiten? Munro, hier Ken Sie sind in der technischen Sektion der Klingonen Dort sollte sich auf der oberen Ebene Eine Energietransferkonsole befinden Alles klar, schon dabei Wie sieht sie aus? Puh, Sie werden sie erkennen, wenn Sie sie sehen Okay Ihr kriegt auch nichts alleine hin, oder? Ach, falsche Taste Ich krieg ganz nicht auf E Munro, was ist los da unten? Sie sollten nicht entdeckt werden Es sollte mir leid sein Holen Sie einfach das Isodesium und kommen Sie hierher zurück Na, toll Also das brauche ich nicht mehr sneaken Gut entdeckt So frage ich mich, wie? Ich war doch leise genug Oh Das ist jetzt nervig Jetzt wissen Sie, dass ich hier bin Ich glaube, das scheint die Konsole zu sein, ne? Interessent aus Das war's Danke, Munro Jetzt kann ich nochmal laufen Ach Mann, ich wurde entdeckt Das stört mich jetzt richtig Brauche ich nicht mehr sneaken in den klingonischen Bereich Obwohl Gilt das schon? Mhm Genau Vielleicht sneek ich trotzdem Genau deswegen Genau deswegen Was? Warum haben Sie unsere Energie umgeleitet? Haben wir nicht In unserer gesamten Sektion ist die Notbeleuchtung an Bah Viel besser Nun müssen Sie sich nicht mehr gegenseitig in Ihre widerwärtigen Gesichter schauen Wir gehen nicht, bis unser Sektor wieder mit Energie versorgt ist Dieser Partach muss halluzinieren Ich weiß, was das Wort bedeutet Und was werden Sie jetzt tun? Wir sind zwei zu eins überlegen Man braucht zwanzig Malonen Um einen klingonischen Krieger zu ersetzen Wir sind euch zwei zu eins überlegen Das wären zehn gegen einen, Klingonen-Weib Stopp Sie könnten die Wahrheit sagen Lasst uns das überprüfen Wir gehen nicht, bis wir wieder Energie haben Schön, seid unsere Gäste Und da stehen nochmal Lonen Ah, Isodesium da unten Voll verkackt Kashi, kann ich springen? Oh! 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 Yeah! Oh! Thank God! Ich hätte auch anders laufen können Das wären alles Ja Jo Munro an Foster Ich habe die letzte Isodesium-Probe Ich bin auf dem Weg zurück Warten Sie, Munro Wo hat sich noch nicht gemeldet Wir bekommen keine Antwort von ihm Können Sie das überprüfen? Ja, ich bin direkt am Eingang zur Sektion der Melonen. Gut, versuchen Sie ihn zu finden, aber passen Sie auf. Monroe und Ken, es gibt am Melonen-Eingang eine Sicherheitstür. Alles klar, ich versuche sie von hier aus zu deaktivieren. Oh. Oh, scheiße. Och, Mann. Jetzt habe ich nicht drei gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch nur zwei gefunden. Warum sagt er dann, ich habe die letzte? Ach. Das war auch jetzt nicht klar ersichtlich. Ist das nur ein oder sind es zwei? Das ist die Kontrollkonsole. So, haben wir noch ein Maus, oder? Gut. Wie behindert. Kommst du nicht durch? Hier kommst du nicht durch? Das ist ja auch... Ich wollte gerade sagen, gibt es ja auch Licht? Nein. So, Ekel. Ne, hier will ich nicht lang. Erstmal noch nicht. Hier gibt es so viel zu entdecken. Also hier muss ich wahrscheinlich lang. Wahrscheinlich. Was ist dann der andere Weg? Fragezeichen. Vielleicht finde ich ja noch eine dritte Esodisium-Probe. Dann geht es denn hier lang. Nirgends. Nirgends. Okay. Hoffnungen werden immer geringer. Äh. Da. Ob sich das schlecht auswirken wird auf den Spielverlauf? Hoffentlich nicht. Gibt es hier keine Lampe? Die haben doch... Die haben doch in der Serie wenigstens Armlampen gehabt. Aber hab ich hier keine. Okay. Brauchen wir? Aber was sneak ich hier eigentlich noch? Moment, bin ich eigentlich... Ach ja, ich bin doof. Muss man den Monitor mal hochtun? Modus. Öko-Modus deaktivieren. So, jetzt hab ich doch Meiligkeit. Oh, ich seh ja mal richtig was. Ja, ich bin doof. Einfach mal den scheiß Öko-Modus ausmachen. Ach, ich bin mit doof gewaschen. Und ich versuch immer F zu drücken. Von wegen Half-Life mäßig, äh, wo da die Taschenlampe ist. Ich versuch immer wieder F zu drücken. Ja, und wir haben hier keine Taschenlampen. Abpumpen abgestellt. Ich war's nicht. Irgendwann schlägt man voll auf den Magen gerade. So richtig voll. Irgendwann hat sich ne Tür geöffnet. Ich hab's doch gerade gehört. Da? Uh. Und mir scheint die Sonne im Hintergrund. Das ist auch wiederum nervig. Sonne, verpiss dich, es ist zu hell. Fuck you. Nein, das ist es mir nicht wert. In den Giftmüll zu fallen. Das ist es mir nicht wert. Ich glaube nicht, dass sie kommen. Diese dummen, paranoiden Hiroogen, sie schließen alle ihre Türen ab. Wie sollen wir es ihnen dann sagen? Ich glaube, sie möchten nicht, dass irgendjemand ihre Versorgung stiehlt. Das waren wir nicht. Nun, warten wir einfach ab, ob sie kommen. Cool. Hat doch meine Mengen Energie verbraucht, oder? Ja. Jetzt wissen wir mal, wie das Ding funktioniert. Warum sneak ich eigentlich noch? Ja. Tuttuttutt. Neehhehe. Ah, okay. Wo ist die Renntaste? Hier. Ah. 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 Fuck. Mist. Aua. Das tut weh. Ja, kommst du nicht weg. Tu doch was. Oh, bist du so behindert? Oh Mann, nein. Jetzt ist mir auch was passiert, wenn mein Giftmüll fällt. Wohin fühlt mich das? Glück, Glück. Ach, wie behindert. 70 Minuten ist. Ach, fuck. Kannst du mal aufhören, in den Giftmüll zu treten? Ich höre schon wieder diese Scheißviecher. Hörst du wohl auf damit? Nö, ist verschlossen. Oh, Energie. Ja, da kann er rennen wie ein kranker Errer, ne? Oh, Energie. Oh, da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Oh, Sneaky. War ordentlich zugeschweißt. Wäre schön, wenn's gehen würde, ne? Sich selbst in den Weg verbauen und auch den Gegner in den Weg verbauen. Da drüben! Ups. Dort ist einer. Ups. Wo ist Alpha? Er ist auf der Jagd. Ein bisschen frische Beute, glaube ich. Nicht, diesen. Tu's nicht. Auch wenn du so was machen willst. Das war's. Das war's. Die Türen und den Geräuschen. Ah. Ja. Jetzt ist hier die Tür offen. Die Türen, ne? Are you fucking kidding me? Die Türen und den Geräuschen. Hm. Ah. Ich will wenigstens ein bisschen weiterkommen. Das hier verbraucht echt viel Energie. Die Türen und den Geräuschen. Ich komme zurück zum Extraktionspunkt. Verstanden. Fast Ende. Monroe. Warten. Ich muss noch eine weitere Probe von dem Isodesium nehmen. Keine Sorge, Tom. Ich hole es. Seien Sie vorsichtig. Hinterhalt. Kannst du auch mal Deutsch sprechen? Kashi. Gleich. Folge beenden. Oh. Das war dumm. Das war dumm. Was? Das war jetzt gerade tatsächlich so eine reine Reflexhandlung erst zu drücken. Das war jetzt so wirklich dumm. ah ja 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 Ah! Ah! Da war irgendwo einer. Zu Tode gequält. Man, Rowan Foster. Ich habe das letzte Stück Isodesium gefunden. Zwischen uns liegt eine riesige Fläche. Es gibt eine Art Kransystem, aber der Kontrollraum liegt auf der anderen Seite. Warten Sie einen Moment, Alex. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Ich bin gerade da gewesen. Moment! Okay, ich bin da. Ich sehe die Kontrollen. Nur eine Sekunde. Telsia, hinter Ihnen! Ich will Sie, lebend! Was ist da unten los? Ich habe Faserschüsse gehört. Telsia ist gefangen genommen worden. Ich muss Sie retten. Verdammt! Okay, Monroe, aber seien Sie auf der Hut. Wir können es uns nicht leisten, auch jemanden zu verlieren. Wenn Sie sie nicht retten können, kommen Sie sofort zurück. Keine Sorge, Sir. Ich werde Sie retten. Monroe, Ende. Das Symbol an der Wand. Das hat mich jetzt auch etwas stutzig gemacht. Hm. Ja, ich weiß, ich sollte jetzt aufhören, aber zu viel Spaß. Hopp! Ey! Kommen Energie? Passt noch. Aha! Ich habe alle Isodesienproben. Finden Sie Telsia. Taranisch? Sind Tarana hier? Also das ist nicht Föderation, das ist Tarana. Meep? Wie kommen die denn hier? Die sind doch aus dem Spiegel-Universum. Das ist so gesehen die Föderation im Spiegel-Universum, also... Das ist so ein Fick. Ah. Aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kashi. Lasst mir was da. Freut mich immer wieder. Teilt dieses Video. Erzählt rum, dass es mich gibt und... Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.